Am 15.03.2023 gegen 17.30 Uhr wurde die Polizei Bonn zu einem Streit am Beuler Rathaus alarmiert. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Streit unter Bekannten handelt und es zu keinerlei strafbaren Handlungen gekommen ist. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das immer noch nicht getan habt und euch auch weitere Videos von mir anschaut.